hallo und willkommen zurück zu celeste mit dnd seiden wir haben aber letztes mal genau mitten hier drin aufgehört wo wir auf dem weg zum ja mittelpunkt der erde sind wie es aussieht jetzt eigentlich wieder zurück gesettet worden aber ich mir schon aufgefallen das spiel tempo war nicht auf 100 also spieltempo 100 die sind alle aus meine hände sind schon fangen schon an mega schwitzig zu sein das ist toll ach so nein ich wollte doch nicht straight runter ziemlich verarschen war warum hat er mich jetzt so so falsch weggeschleudert nein vielleicht macht 50 prozent doch sinn aber damit ich mehr position haben kann ja Hä? Äh! 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 Hä? Äh! 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 Nein, jetzt hör mal auf zu sterben. Wie überlebe ich denn da hinten? Jetzt hör mal auf zu sterben. Hallo? Woran bin ich denn jetzt verreckt? Wenn ich nach unten zeige, falle ich doch nach unten raus und nicht zur Seite, oder? Wenn der hier leer wird. Ist die Hitbox größer als mit der Fehler? Das könnte vielleicht so besser sein. Ja. 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 Ahm, cool, I guess, ähm, das war ja sehr weird. Ahm, haben wir da auf 100 Geschwindigkeit, oh, ich werde angeschossen. Ja, das hilft mir da aber nicht auf 100 Geschwindigkeit zu machen, wenn ich angeschossen werde, ha. Ah, so. Au. Ah, egal. Ha. Ah. Okay, das ist, äh, wieder ein bisschen sehr fein controly. Nein. Okay, ich muss gucken, was ich dann sofort wieder speicher. Ja, was soll der Scheiß, ich hab doch eigentlich... Nein. Mein Gott, alter. Nein. Okay. 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 Spawn here. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ah. 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 So hätte es eigentlich aussehen sollen. Aber ich hab's halt nicht erwischt. So. Dein Ernst? Okay, jetzt bin ich mega verwirrt. Ja. So hätte es daraus sein sollen. Ja, genau. So. Denk ich mal. Ich bin ja ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ja, genau so. 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 Okay, dann warte ich halt auf den nächsten Cycle, ha? Oh, nice. Oh, nice! Weißt du, so genial! Genau in dem Moment drückjump! Genau in dem Moment drückjump! Und dann jumpen sie nicht. Das ist doch kompletter Bullshit. Wow, cool! Wow, nice! Wow, nice! Wow, nice! Wow, nice! Nein! 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 Okay, good! Okay. 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 Okay, good. Okay, so, go. Okay. Okay, so, go. Okay, so, go. Okay, so, go. Wenn ich hier jumpe, dann habe ich doch schon nach drü- What? Hä? Like, jein? Wow. Jetzt komm schon, mach doch den Jump. Ja, aber ich muss- Oh mein Gott, Alter. Jetzt komm schon, mach doch deinen Jump, Scheiß. Ja. Nein, du sollst den Jump gescheit machen. Weil ich kann like. Ja, nee. Oder keine Ahnung, kann ich einen auf? Vielleicht? Vielleicht? Ja, vielleicht. Scheiß, soll ich nicht nach unten drücken. Ich muss irgendwie hier, like, ganz ans Eck. Cool. Cool. Okay, dann müssen wir uns auch resetten. Ich bin immer noch nur sehr verwirrt, wie genau das geht. Oh, nice. Danke dafür, Alptali. Oh mein Gott, Alter. Okay, also ich kann zu weit gehen. Okay, also ich kann zu weit gehen. Ja, geil. Wie weit darf ich denn gehen? Ja, das ist auch zu weit, hä? Aber genau an der Wand war auch zu weit. Also war nicht weit genug. Ja, das war jetzt zu weit, hä? Ja, hör. Like, sure. Das ist nicht weit genug. Ja, WTF, Alter. Ja, okay, stell mich genau in die Wand. Das ist, siehst du, das ist zu weit. Also wo genau muss ich denn dann sein? Was ist denn das für ein Trial and Error? Also wie genau soll man denn das prediken oder perfekt schaffen? Das ist doch unmöglich. Oh mein Gott, Alter. Ja, genau. Da ist es dann zu weit. Da muss ich irgendwie einauf. Einauf, like, da durchdashen. Ja, aber ich habe doch keine kleine Redbox, wenn ich dashe, oder? Die sollte doch eigentlich gleich sein. Oh my fucking goodness, man. What? Oh. 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 Varianten 100 Ah, ok Das hilft einem, also es ist ein bisschen dabei herunterzukommen Ok, wir sind 1 2 3 4 5 5 6 6 Ah. Oh. Wow, danke dafür, Lali. Ich wollte nicht savestaten, wenn er weg ist. Ich wollte savestaten, wenn er da ist. Wow, nice. Okay. Ich kann sie, glaube ich, sogar skippen. Aber ich glaube, dann könnte sie mich wahrscheinlich so umbringen. Habe ich irgendwie das Gefühl? Nein. Wow, danke. Oh, danke dafür, Lali. Ich weiß nicht warum. Ah, ich mich rück so auf. Das will ich doch gar nicht. Ich rück so auf, weil ich die ganze Zeit diese Problematik habe, dass ich Quick-Saves machen muss. Was soll der Scheiß? Es ist nicht mehr Dingens. Ich krieg wieder Recharge. Das ist zumindest gut zu wissen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Nein. 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 Ich... Ich rück so... Nein. Nein. Wow. Fusion, man. It's Fusion, man. Fusion. Nuclear Fusion. Und so weiter. Hier wird fusioniert. Oh mein Gott. All diese Tode. Gut, ich würde dann sagen. Wir werden nicht vergessen, wir machen im nächsten Mal weiter, wo wir aber glaube ich nicht das hier machen. Sondern wahrscheinlich eher... Oh stimmt, wir haben hier nicht die Mondbeere. Die müssen wir auch holen. Stimmt. Ich will auch die Darkerseits machen. Also ich weiß nicht. Werden sehen. Wir werden nicht vergessen. Na ciao. Ja. Ja.